Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Top Dead aus dem Pegasus Spiele Verlag. Ein Spiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren mit einer Dauer von ca. 10-20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf, und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Top Dead. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Einen Satz mit Karten, eine kleine handliche Anleitung. Und dann gibt es jetzt viermal ein Set aus Hut, diesem Becher, dieser Röhre, dem kleinen Hasen und einer Münze. Wie gesagt, das gibt es hier viermal in diesem ganzen Set. Und das ist er dann auch schon, der komplette Inhalt dieser Spieleschachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert wie folgt. Jeder Spieler nimmt sich so ein Set aus Zylinder, Becher, Röhre, grüner Münze und kleinem Hasen und stellt das mal vor sich hin. So, dass er gut und schnell an alle Teile rankommt. Dann nimmt man diesen Kartenstapel, mischt ihn einfach komplett einmal durch, legt ihn in die Mitte des Tisches, so dass jeder gut sehen kann, was da drauf ist. Und dann kann das Spiel auch schon beginnen. Top Dead hat sehr einfache Regeln. Denn es geht einfach nur darum, die gestellten Aufgaben von diesen Karten hier zu lösen. So ist es so, dass auf diesen Karten unterschiedlich viele der Zauberutensilien der Spieler drauf sind und auch verschieden viele davon farbig sind. Und es geht immer darum, die Aufgabe so zu lösen, dass alle Sachen, die hier drauf sind, verbaut werden. Sachen, die gar nicht auf der Karte sind, kommen erstmal weg. Aber alle Sachen, die hier drauf sind, müssen verbaut werden. Und alle Sachen, die farbig sind, müssen sichtbar sein. Und alle Sachen, die grau sind, dürfen nicht sichtbar sein. Und aus den sichtbaren Sachen muss ich immer einen Turm bauen. Wenn wir uns diese Aufgabe kurz mal anschauen und die bauen, dann sieht man ja, man darf nur den Zylinder und die Münze sehen. Also das hier darf man sehen und diese drei Sachen darf man nicht sehen. Das geht natürlich recht einfach. Wir stecken das hier alles rein, stülpen das hier drüber. Und schon haben wir die Aufgabe gelöst. Wir haben hier unten sichtbar den Zylinder, oben drauf die Münze. Der Rest ist nicht sichtbar. Wenn man eine Aufgabe denkt, man hat sie richtig gelöst, dann ruft man Top That und alle Spieler hören auf zu bauen. Denn an dieser Aufgabe bauen immer alle Spieler gleichzeitig. Also hier muss keiner warten und zuschauen, sondern sobald die Karte aufgedeckt ist, legen alle Spieler los, diese Aufgabe zu lösen. Und der Erste, der denkt, er hat es fertig, ruft Top That. Dann hören alle Spieler auf. Und dann schauen alle mal, hat er es richtig gebaut? Ist die Aufgabe richtig gelöst, dann bekommt der Spieler diese Karte als Punkte zu sich und hat er es falsch gebaut. Dann dürfen die anderen Spieler wieder anfangen weiterzubauen. Und wenn da wieder einer fertig ist, dann ruft halt der Top That. Und wenn es der richtig hat, kriegt er die Karte. Sollten tatsächlich erstmal alle nicht fertig kriegen und irgendwo einen Fehler drin haben, dann kommt die Karte einfach aus dem Spiel. Ja, und dann, wenn eine Karte fertig ist und vergeben ist, wird einfach die nächste aufgedeckt und wieder gebaut. Hier haben wir zum Beispiel die Situation, dass nur der Zylinder sichtbar sein darf. Also, das ist natürlich recht einfach. Wir stecken einfach alles hier ineinander und der Hase muss da noch rein, die Münze so. Zack, Top That. Es ist nur noch der Zylinder sichtbar. Aufgabe richtig gelöst. Ich kriege die Karte. Schauen wir uns noch eine Karte an, wo ein bisschen mehr drauf ist. Ich schaue mal schnell, was ich da so finde. Damit es ein bisschen kniffliger wird natürlich. Nehmen wir mal diese Aufgabe hier. Die ist auch sehr, sehr einfach. Aber hier fehlt zum Beispiel ein Objekt. Das bedeutet, das Objekt, das fehlt, muss man erstmal komplett wegnehmen. Das baut man nicht mit. Und der Rest muss alles sichtbar sein. Und wir brauchen einen Turm. Also stellen wir das einfach alles aufeinander. Top That. Und auch diese Aufgabe ist richtig gelöst. Und ich bekomme die Karte. Wie lange spielt man dieses Spiel? Grundsätzlich macht man am Anfang des Spiels aus, wie lange man spielen möchte. Empfohlen wird in der Anleitung erstmal zu spielen, bis ein Spieler fünf Karten bekommen hat. Und dieser Spieler hat das Spiel dann einfach gewonnen. Man kann, wenn man länger spielen möchte, auch einfach sagen, wir sammeln sieben Karten, wir sammeln zehn Karten. Das kann man gestalten, wie man möchte. Und wenn ein Spieler das eben hat, hat er das Spiel gewonnen. Es gibt noch eine kleine Variante in diesem Spiel. Denn es gibt hier auch Karten, die haben hier Symbole drauf, die mit so Sternen umrandet sind. Und das kann man noch mit ins Spiel nehmen. Macht das Ganze spannender. Das bedeutet nämlich, ich darf unter diesem Teil nichts verstecken. Wenn wir uns die Aufgabe anschauen, sehen wir, der Hase spielt schon mal gar nicht mit. Das Ding muss auch versteckt werden. Ich darf es aber nicht hier drunter verstecken. Das ist also verboten. Also wenn ich den Turm jetzt so bauen würde, sagen würde, top that. Die anderen Spieler würden schauen und sagen, du hast das Teil leider hier unter dieses Teil gebaut, was Sterne hat. Das darfst du nicht. Also wäre die Aufgabe nicht richtig gelöst. Was wäre die richtige Lösung? Klar, wir verstecken das Teil unter dem Zylinder und bauen das Ganze dann so auf. Also immer wenn diese Sterne um ein Objekt rum sind, bedeutet das einfach, ich darf unter dieses Objekt nichts stellen. Was haben wir hier? Ich darf unter den Zylinder nicht stellen. Das Rote hier spielt nicht mit, ist nicht drauf, kommt also weg. Der Hase darf nicht sichtbar sein und der Rest schon. Also nehme ich den Hasen. Stell das hier drüber, leg oben drauf die Münze, sag top that. Wir kontrollieren. Unter dem Zylinder ist nichts, ansonsten sieht man den Hasen nicht. Der ist grau und der Rest passt auch. Also auch diese Aufgabe richtig gelöst. So einfach funktioniert das Spiel und so lustig ist das Ganze aber auch. Das Spiel ist zwar ab sechs Jahren, aber hier können auch durchaus Erwachsene mal mit den Kindern zusammen spielen. Da haben wir es dann immer so gemacht, dass die Kinder einfach die Variante spielen, einfach die Sachen normal zu stapeln und die Erwachsenen müssen das mit den Sternen spielen. Hat man ältere Kinder natürlich, dann alle die gleichen Voraussetzungen. Macht eine Menge Spaß, ist ein schnell erklärtes Spiel. Da muss man sich nicht lange einarbeiten, sondern kann sofort loslegen und hier seine Zauberkünste walten lassen. Ein sehr, sehr schönes Spiel mit sehr, sehr schönem Material. Das war sie, meine Spielevorstellung von Top That aus dem Pegasus Spieleverlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael. END ENDE ENDE SECimetern Untertitelung des ZDF, 2020